Kapitel 6 Beim Bäcker In einer Viertelstunde fängt meine Arbeit an. Ich bin mit dem Auto unterwegs und hatte noch Kuss beim Bäcker. Als ich die Tour zur Bäckerei öffne, warten die Kunden schon in der Reihe. Ich stehe noch fünf andere Kunden vor mir. Die Leute kaufen Brötchen, Schwarzbrot, Toastbrot und ein Rentner kauft, sich einen Kaffee zum Mitnehmen. In fünf Minuten möchte ich auf der Arbeit sein. Vor mir steht noch ein Kunde. Endlich komme ich dran. Plötzlich kommt ein alter Mann und stellt sich vor mir. Der Verkaufer lächelt und spricht freundlich mit dem Mann. Der Verkaufer gibt dem Mann einen Kuchen. Ich beschwere mich. Entschuldigen Sie, aber jetzt bin ich an der Reihe. Der Mann und der Verkaufer ignorieren mich. Ich nehme den Kuchen und werfe sie in das Geschicht des Verkaufers. Der Verkaufer fällt zu Boden. Alle Kunden sind geschockt. Will noch jemand Kuchen? Ich stehe allein im Raum und nehme das Brot mit. Löhne fragen. Wo halte ich noch Kurs? Was kauft der Rente? Was gibt der Verkaufer den alten Mann? Dankeschön. 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 Dankeschön.